Batterien verwandeln chemische Energie in elektrische Energie. Aber wo finden wir in einer chemischen Reaktion Spannung und Stromstärke? Um diese Fragen zu klären, müssen wir uns mit Elektroden befassen. Willkommen zu Basiswissen Physikalische Chemie. Unser Thema heute Elektroden. Wie viel Energie steckt in einer Batterie? Wie können wir Stromstärke und Spannung berechnen? Wenn wir einen Stromkreis mit einem Elektrolyten aufbauen, müssen auf der einen Seite aus dem Metall in den Elektrolytelektronen übergehen. Diese Elektrode nennen wir Kathode. Der Übertritt der Elektronen aus dem Elektronenleiter in den Ionleiter wird Durchtrittsreaktion genannt. Die Durchtrittsreaktion formulieren wir immer so, dass auf der linken Seite die oxidierte Spezies und die Elektronen stehen und auf der rechten Seite die reduzierte Spezies. Bei einem katholischen Strom läuft die Durchtrittsreaktion von links nach rechts als Reduktion ab. Kathode und Reduktion sind also immer gekoppelt. Wenn die katholische Reaktion, so wie hier bei der Elektrolyse, erzwungen abläuft, ist die Kathode der negative Pol. Bei einer Batterie oder allgemeinen galvanischen Zelle läuft die katholische Reaktion hingegen freiwillig ab. Hier ist die Kathode der Pluspol. An der anderen Elektrode im Stromkreis treten Elektronen aus dem Elektrolyt in das Metall. Dies ist die Anode und die Durchtrittsreaktion verläuft hier von rechts nach links als Oxidation. Bei der Elektrolyse wird die anodische Reaktion erzwungen, wie hier die Oxidation von Chlorid zu Chlor. Bei der Elektrolyse ist die Anode deshalb der Pluspol. In galvanischen Zellen hingegen läuft die anodische Reaktion freiwillig ab. Hier ist die Anode der Minuspol, wie zum Beispiel die Zink-Elektrode in dieser Zink-Kohlebatterie. Für die Durchtrittsreaktion gelten wie für jede andere chemische Reaktion die Gesetze der Stochometrie. Deshalb können wir den Stoffumsatz aus der Anzahl der geflossenen Elektronen berechnen. Mit dieser Überlegung konnte Michael Faraday das nach ihm benannte Gesetz formulieren. Die an den Elektroden umgesetzte Stoffmenge n ist nur von der Stromstärke i und von der Zeit t abhängig. n ist gleich i mal t durch nil e mal f. Wenn wir mit einem Strom von 1 Ampere einen Tag lang elektrolysieren, fließen 0,9 Mol Elektronen. Diese können zum Beispiel 0,45 Mol Kupfer oder 0,9 Mol Silber abscheiden. Das Földerische Gesetz gilt gleichermaßen für Anode und Kathode. Es gilt für Elektrolysen und galvanische Zellen. Die Durchtrittsreaktion läuft an der Phasengrenze Metall-Elektrolyt ab und kann als Gleichgewichtsreaktion formuliert werden. Kupfer ist ein recht edles Metall, darum liegt bei einer Kupfer-Elektrode das Gleichgewicht auf der rechten Seite. Wenn wir Kupfermetall in eine Kupferchlorothesung tauchen, überwiegt zunächst die Katholische Reaktion und Kupfer-2-Plus-Ionen scheiden sich ab, Im Gleichgewicht ist dann das Kupfer-Positiv und der Elektrolyt-Negativ geladen, Anode und Katholische Stromdichten sind gleich. Den Potenzialunterschied im Gleichgewicht zwischen Metall und Elektrolyt nennen wir Elektrodenpotenzial. Er beträgt im Standardzustand für die Kupfer-Elektrode 0,34 Volt. Wenn wir das Experiment mit Zink, Metall und Zinkchlorid wiederholen, erhalten wir ein negatives Elektrodenpotenzial. Beim unedlen Zink liegt das Gleichgewicht der Durchtrittsreaktion auf der linken Seite. Das Potenzial einer Elektrode hängt davon ab, welche Durchtrittsreaktion stattfindet und welche Konzentrationen im Einzelfall vorliegen. In einer einmolaren Lösung beträgt das Elektrodenpotenzial von Kupfer 0,34 Volt, bei einer 0,1 molaren Lösung nur noch 0,31 Volt. Die Konzentrationsabhängigkeit des Elektrodenpotenzials wurde von Walter Nernst in der nach ihm benannten Gleichung formuliert. Es setzt sich aus dem Standardpotenzial E0 und einem konzentrationsabhängigen Term zusammen. Die Standardpotenziale E0 sind in der Spannungsreihe tabelliert. Beachten Sie, dass alle Parameter, die in der Durchtrittsreaktion vorkommen, auch in der Nernst'schen Gleichung auftauchen. Die Anzahl der umsetzten Elektronen µe findet man im Nernstfaktor, die Konzentration aller oxidierten Spezies findet man im Zähler und die Konzentration aller reduzierten Spezies findet man im Nenner, im Quotienten hinter dem Logarithmus. Die Spannungsreihe ist eine Auflistung von Redoxpaaren geordnet nach ihrem Redoxpotenzial. Oben stehen die Redoxpaare mit großem Elektronenhunger, großer Elektronenaffinität, positiven Redoxpotenzial. Unten stehen die Redoxpaare, die Elektronen sehr leicht abgeben, mit niedrigem Redoxpotenzial. Die Redoxpaare oben sind also stark oxidierend, die unten stark reduzierend. Wenn wir zwei Halbreaktionen aus der Spannungsreihe kombinieren, fließen die Elektronen freiwillig immer nur von unten nach oben. Lassen Sie uns die Nernst'sche Gleichung für eine Kupferelektrode aufstellen. Wir formulieren zunächst die Durchtrittsreaktion. In der Spannungsreihe finden wir das entsprechende E0. Im Nernstfaktor steht hier die 2 als Anzahl der Elektronen. Im Zähler steht die Konzentration der oxidierten Spezies, also der Kupfer-2-Plus-Ion. Im Nenner steht die Konzentration der reduzierten Spezies, also des Kupfermetalls. Es gelten hier die Konzentrationskonventionen der Thermodynamik. Feste und flüssige Stoffe werden mit dem Molenbruch, gasförmige Stoffe mit dem Partialdruck in bar und gelöste Stoffe mit der Molarität berücksichtigt. Die Abhängigkeit des Potenzials von der Konzentration ist logarithmisch. Der Term RT durch f mal ln10 ist ungefähr 60 Millivolt. Dies bedeutet, dass bei der Kupferelektrode sich das Potenzial bei einer verzehnfacher unter Konzentration um 30 Millivolt ändert. Sauerstoffelektroden kommen z.B. in Zink-Luftbatterien oder in Brennstoffzellen vor. Die Durchschnittsituation entnehmen wir der Spannungsreihe. Das Standardpotenzial von 1,23 Volt sagt uns, dass wir es hier mit einem sehr stark oxidierend wirkenden Redoxpaar zu tun haben. In der Nernschen Gleichung berücksichtigen wir im Nernsfaktor die 4 ausgetauschten Elektronen. Im Argument des Logarithmus finden wir im Zähler die Protonenkonzentration hoch 4 und die Sauerstoffkonzentration. Im Nenner finden wir die Wasserkonzentration zum Quadrat. Die Protonkonzentration muss in Mol pro Liter angegeben werden, die Sauerstoffkonzentration in Bar. Für die Konzentration von Wasser müsste man den Molenbruch einsetzen, dieser kann jedoch in guter Näherung gleich 1 gesetzt werden. Das Potenzial der Sauerstoffelektrode ist stark pH-abhängig. Bei einer pH-Änderung von 1 ergibt sich eine Potenzialänderung von 60 Millivolt. Wir können zwei beliebige Elektroden zu einer Batterie kombinieren. Wir sprechen dann von galvanischen Zellen oder galvanischen Elementen. Klassisch ist das Daniel-Element aus einer Kupfer- und einer Zink-Elektrode. Wir formulieren die Durchtrittsreaktionen beider Elektroden und rechnen nach der Nernschen Gleichung deren Potenzial aus. Die Elektrode mit dem kleineren Potenzial ist die Anode, hier geschieht die Oxidation. Die Elektrode mit dem größeren Potenzial ist die Kathode, hier geschieht die Reduktion. Die Leerlaubspannung des galvanischen Elementes errechnet sich als Differenz der Elektrodenpotenziale Kathode minus Anode. Für das klassische Daniel-Element erhalten wir also eine Leerlaubspannung von 0,34 minus minus 0,76 gleich 1,1 Volt. Wenn ich Zink- und Kupfer-Ionen ohne galvanische Zelle kombiniere, läuft diese Redoxidation ebenfalls ab. Die Wärme, die dabei frei wird, entspricht der Reaktionsenthalpie, in dem Fall minus 217 Kilojoule. Arbeit wird wie bei jeder spontanen Reaktion nicht umgesetzt. Läuft die gleiche Reaktion in einem Daniel-Element ab, so sind Oxidation und Reduktion räumlich getrennt, Elektronen fließen und es kann eine elektrische Arbeit gewonnen werden. Im Idealfall erhalten wir die maximale, die reversible elektrische Arbeit, das sind minus 212 Kilojoule und dies entspricht der freien Enthalpie Delta G. Die Reaktionsherme kann hier aus der Reaktionsentropie berechnet werden. Die Reaktion ist mit minus 6 Kilojoule pro Mol nur schwach Exotherm. Den Quotient Delta G durch Delta H nennen wir Wirkungsgrad des galvanischen Elementes. Während bei spontaner Führung die gesamte Enthalpie als wärmefrei wird, können wir einen sehr großen Bruchteil dieser Enthalpie bei reversibler Führung als Arbeit gewinnen. Die Kombination von Metall und Elektrolyt führt also zu einem Elektrodenpotenzial. Auch die Kombination von zwei Elektrolyten kann zu einem Potenzial führen. Wir haben hier zwei Lösungen mit unterschiedlichem pH-Wert, die durch eine Membran getrennt sind. Die Membran ist durchlässig für Protonen. Protonen diffundieren nun aus der konzentrierteren Lösung durch die Membran in die verdünntere Lösung und laden diese Seite positiv auf. Die Theorie liefert für das Membranpotenzial eine ähnliche Gleichung wie die Nernste Gleichung. Diese Gleichung ist die Grundlage für die elektrochemische Messung von pH-Werten. Lassen Sie uns zusammenfassen. Die Kombination Elektronenleiter-Ionenleiter führt zu einer Elektrode. Eine Elektrode wird beschrieben durch die Durchtrittsreaktion und durch das Elektrodenpotenzial. Das Elektrodenpotenzial ist konzentrationsabhängig. Die Abhängigkeit wird nach Nernst beschrieben. Die umgesetzte Stoffmenge an einer Elektrode wird durch das Faraday-Gesetz beschrieben. Wir können Elektroden zu galvanischen Elementen kombinieren. Die Leerlaufspannung oder EMK dieser galvanischen Elemente ergibt sich als Differenz der Elektrodenpotenziale. Mehr Informationen hierzu wie immer in den Büchern, in den ausführlicheren Videos oder in der Vorlesung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.